Der Star des Abends Eddie, wieso arbeitest du nicht für mich? Als Weißer. Ich brauch einen Vertrauten. Jemand, mit dem ich reden kann. Magst du den Mann überhaupt? Ja, ich mag ihn. Da ist ja schon jemand wach. Ich sag dazu, Palastkitsch. Das ist mein Haus bei Carlucci. Er hat hier die Hosen an. Ich möchte alles für dich sein, Scott. Ich will dir Vater, Bruder, Liebhaber sein. Jackie, ich möchte mit Ihnen noch besprechen, wie wir Scott operieren. Ich möchte gern, dass Scott so aussieht. Aufersteher. Wir sehen uns gleich wieder. Ist das das Leben, das du willst? Du bist süß. Du bist sehr süß. Das mag ich. Bitte sei nicht traurig. Ich hasse es, wenn du so ein Gesicht hast. Ich hab ja auch eine Menge dafür bezahlt. Nicht schlecht für so eine alte Schachtel. Oh, Daddy. Entschuldigt vielmals meine legere Garderobe. Werde ich meine Augen wieder schließen können? Nicht vollständig. Nee. Was für eine Geschichte. Da fehlt mir bloß noch ein Brand im Kinderheim.